rose fröhlich echter patientenfall haferdrink beschwerden symptomatiken ihr lieben ich bin die rose fröhlich die assistente mit kassenzulassung und eigene online praxis und sagt mir mal was ihr so alle über haferdrink einige kennen es unter hafermilch aber weil es keine milch ist dürfen wir nicht hafermilch sagen weil es nicht den hohen eiweißanteil hat aber wie es eure erfahrung einfach so mit haferdrink zurück zum patientenfall ich hatte gestern eine patientin in der praxis die erzählte dass sie den haferdrink tatsächlich nutzte morgens in der regel mit ihrem obst zum beispiel hat auch noch zusätzlich getreideflocken und ähnliches rein gemacht und die wollte gerne den oder hat längere zeit den haferdrink genutzt weil sie einfach keine kuhmilch verwenden wollte und sie erzählte dann aber wenn sie das trinkt auch wenn sie das alleine trinkt dass sie tatsächlich über den tag verteilt die haferdrink hat und dass sie halt beschwerden hat sie hatte so einen dicken blähbauch sie hatte immer so aufgeplustert luft im bauch manchmal kam die luft hoch es gab tage wo sie durchfall hatte es gab tage wo sie ein bisschen schwindelig und komisch gewesen ist ich gucke noch mal was sie sagte kopfschmerzen gab es auch manchmal es gab auch tage wo es durchfall gab und dann aber tage wo es wieder verstopfung gab und wir haben uns dann das ernährungsprotokoll in den folgeterminen auch noch mal angeguckt und es ist rausgekommen wir haben dann stückweise einfach die lebensmittel verändert erst mal das was sozusagen die letzten jahre neu dazu gekommen ist und dann kam raus bei ihr dass sie tatsächlich die beschwerden von der hafermilch hat dann kam die frage warum ist das so häufig wird hafermilch ja aus abgekochten hafer hergestellt mit wasser gemischt also die stärke läuft raus das ist ja eigentlich erstmal persönlich schlimmer nicht also hafer milch sozusagen haferdrinks selber herstelle dann würde man 100 gramm haferflocken auf ein liter wasser abkochen das ins man kann es stehen lassen man kann es länger kochen lassen man kann es ins sieb eingeben und dann habe ich sozusagen den die eigene den eigenen haferdrink wenn ich jetzt aber mir die produkte anschaue da gilt es nicht für alle die sind ja nicht per se schlecht wenn ich das vertrage ist alles gut aber bei der patientin war es so dass sie eine histaminanlage hat das produkt ist ja eine gelagerte ware weil es ja irgendwann hergestellt wird und weil dem produkt noch andere sachen dazu kommen steigt der histaminanteil an und häufig hat man sozusagen die kaliumphosphat drin also kalium und phosphat kennt ihr vielleicht aus der chemie mit mineralstoffen und dass die steht für zwei und wenn ein höherer kaliumanteil in einem lebensmittel enthalten ist das wird zum beispiel reingemacht um das zu stabilisieren um diese farbe auch hin zu bekommen weil wenn ich wasser und haferflocken absehe also über sieb gebe dann setze ich die stärke ja immer ab und wenn man möchte dass das aber so aussieht wie eine klassische koomilch dann kommen diese stabilisatoren wie die kaliumphosphat dazu und wenn der kaliumanteil der phosphat anteil durch das trinken oder durch die verwendung den lebensmitteln des haferdrinks hoch geht also kaliumphosphat ansteigt dann können die zum beispiel beschwerden machen das kann der durchfall sein das kann der die verstopfung sein das kann ein blähbauch sein es kann ein fester bauch sein das kann luft sein die irgendwie da ist es kann sein dass jemand im ultraschall gesehen hat dass dein magendarm trakt luft drin ist es kann sein dass patienten kopfschmerzen kriegen es kann sein dass man den schwindel habe ich ja schon erwähnt und wenn ich natürlich häufiger den haferdrink nutze und ich tatsächlich auf dass die kaliumphosphat reagiere dann ist es so dass man an der stelle einfach die hafermilch aus dem hat die patientin auch gemacht und bei ihr war es so dass sie an der stelle dann tatsächlich keine beschwerden mehr hatte dann habe ich eine zweite patientin gestern gehabt ja das gleiche bestätigt die hatte tatsächlich neue haferdrink in ihrem essen allerdings nur beim frühstück da war es sozusagen noch einfacher und sie hat den tipp ausprobiert und beziehungsweise selber auch geguckt als wir darüber gesprochen haben hat den haferdrink weggelassen hat ihn wieder mit zum beispiel milch oder wer will kann sahne wasser gemisch machen natürlich kann man auch andere ersatzprodukte nutzen an der stelle muss man eben immer gucken reagiere ich darauf oder nicht das kann natürlich bei anderen ersatzprodukten wie soja dringend oder auch mandeldrink passieren also das sind die ihr kennt das unter mandelmilch oder sojamilch weil es menschen gibt die natürlich auch auf die soja oder auf die nüsse reagieren oder auf die inhaltsstoffe also per sie ist nicht alles schlecht aber bei dieser patientin war es so das heißt schaut einfach mal was ihr in eurem essensplan habt und ob da zum beispiel so was mit bei ist wichtig ist wenn ihr was ändern wollt weil ihr beschwerden habt die unklar sind immer nur eine sache machen und idealerweise eine oder zwei wochen mindestens das ausprobieren weil das nicht ich lasse das einmal weg und dann wird es gleich besser manchmal ja aber in der regel ist es so dass man den magendarm trakt etwas zeit geben muss weil er ja die nährstoffe im darm auch sammelt und daher natürlich können die da auch mal liegen bleiben und auch am nächsten tag verantwortlich sein oder auch die tageslast wie häufig ich etwas verwende kann dazu führen dass ich sozusagen reagieren so noch mal zu diesem die kalium phosphat warum ist das da drin wir brauchen das zur stabilisierung und man braucht das zum beispiel zum emulieren also wenn ich so ein so ein drink herstellen will dann möchte ich ja auch eine gewisse konsistenz haben also das soll sich nicht absetzen zum beispiel dafür brauche ich die stabilisatoren also um die auch die säure zum beispiel zu reduzieren in einem lebensmittel weil wenn ich etwas abkoche in wasser auch mandeln sind abgekochte mandeln in wasser dann will ich ja die struktur auch verändern und daher muss man ja immer gucken und die emulgatoren sind da drin wenn zum beispiel dem öl zugegeben wird damit das lebensmittel auch vitamin d zum beispiel enthält oder weil es zusatz vitamin d dazu bekommt damit der haferdrink oder der mandeldrink einfach auch ein nährwert hat dann hat man sozusagen die emulgatoren oder auch für das fett für das fett speziell die wollen ja nicht dass das oben um schwimmt sondern wir wollen ja dass das versteckt ist und deswegen braucht man das das heißt nicht immer alles verteufeln was hergestellt wird sondern manchmal das ist auch in anderen lebensmitteln das ist einfach so um sozusagen ein produkt herzustellen das heißt an der stelle muss man eben immer genau gucken wer nicht darauf reagiert alles gut wer aber eventuell reaktionen hat auf lebensmittel kann sie stück für stück sozusagen also mal rausnehmen und eine längere pause machen ernährungsprotokoll mit symptomen schreiben und dann schauen ob es besser wird manchmal muss man das über längeren zeitraum machen manchmal muss man auch über die ecke denken und manchmal muss ich auch ran weil ich um die ecke denken muss oder vielleicht noch etwas schneller weiß was es ist das heißt ihr könnt in die ernährungsberatung gehen mit zum beispiel einem rezept kann auch ein privatrezept sein für die gesetzlich versicherten und bei uns müsst ihr nichts dazu bezahlen weil wir auch direkt mit den kassen abrechnen also wer da bedarf hat meldet euch gerne wir erklären euch das jetzt haben wir ganz viel gemacht ich wünsche euch erstmal einen schönen tag ganz lieben dank fürs zuhören und ihr wisst ja plus weg und abonnieren nicht vergessen für den ganzen content ich freue mich auf euch bis zum nächsten mal